U-Boot mit Nuklearantrieb. Keine Amerikaner, keine Briten. U-Boot mit ballistischen Raketen. SSBM. Vor dem Untertauchen. Sean Tretz, Sie sind dabei. Morgen früh um vier geht's los. Sie sind unsere Lebensversicherung. Viel Glück, mein Junge. Und was genau ist das? Akustische Kriegsführung? Klingt gefährlich. Okay, ich hab was auf der Spur. Vier-Taktik. Kein U-Boot hat vier Ruderblätter. Schon klar. Und was ist mit dem Treffpunkt mit den Kampfschwimmern? Das Wolfsgeheul. Er hat uns geordert. In den Gefechtsstand. Wir sollen die Kampfschwimmer holen. Das ist die Mission. Drei Aufschläge auf dem Solar. Ich hör ständig das Wolfsgeheul. Denk nicht mehr dran. Ich krieg raus, wie so. Es herrscht Alarmstufe 6. Grand Champ. Sie übernehmen das Atom-U-Boot mit den ballistischen Raketen. Das Aushängeschild der Marine gehört Ihnen. Sie übernehmen die Effroyable. Formiert euch! Dossi. Sie werden Kommandant der Titan. Sie werden die Effroyable eskultieren, bis sie in tiefste Gewässer abgetaucht ist. Unser Staatspräsident hat befohlen, den Gegenschlag durchzuführen. Es wurde ein schwerer Angriff auf die Französische Republik eingeleitet. Uns wurde eine Falle gestellt. Ein Leben lang habe ich jungen Leuten beigebracht, das Protokoll zu achten. Und jetzt soll ich es umgehen? Das sind unsere Brüder doch. Das sind Matrosen, die den Befehl haben zu erschießen. Wir haben keine Wahl. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch. Untertitelung des ZDF, 2020